Hallo meine Lieben, ja bald ist ja wieder Weihnachten, das Fest einer Heiligen Geburt. So, und wollt ihr mal einen Draht stellen? Schwester Suse ist schwanger. Hallo, hallo, hallo. Und das ausgerechnet zur Weihnachtszeit, kann man es glauben, ja? Schwester Suse, wieder typisch, zur falschen Zeit, am falschen Ort. Weil das hat ja schon Tradition bei der, also das ist so unglaublich, oder? Tja, das macht halt der Wolfgang die ganze Arbeit wieder alleine. Na prima, auf mich kann man sich wenigstens verlassen. Ich meine, eins muss man der Schwester Suse zugestehen, das liegt im Trend. Gut, also eine unbefleckte Heiligkeit, würde man jetzt nicht von ihr erwarten können. Eher eine Scheinheiligkeit, tut er sowieso immer, als wäre sie was Besseres. Ich sage euch unter uns, Schwester Suse ist beichtet, die, na gut. Beicht Geheimnis, ich darf nicht sagen, aber ich sage euch, das wäre ein gefundenes Fressen für die Presse. Kinderchen, Kinderchen, ja gut. Also, schwanger geht ja sowieso nicht ohne Sünde ab, wenn man eine Beetschwester sein will, nicht wahr? Hallo, wir sprechen hier von Sex, ne? Eine schöne Sache, klar. Aber immer wieder ein Riesenproblem bei mir im Beichtcontainer, meine Lieben. Egal. Irgendwie freue ich mich auch ein bisschen für die Suse. Und ich freue mich, dass ich nicht der Papa bin. Ich weiß doch genau, was ihr gedacht habt. Das war doch der Wolfgang, der die Suse geschwängert hat. Hallo? Traut ihr mir sowas zu? Da könnt ihr gleich mal ein Vaterunser als Buße hinterher schicken, ja? Dass ihr mir sowas zutraut. Vor Teufel, neben meinem Job im Beichtcontainer als Vater, bitte euch. Und dann gibt es ja da noch den alten Haudegen in Rom, ne? Den Beni. Und der ist ja schon ein bisschen störrisch mit dem Zölibat. Tja. Dann muss ich eben Single bleiben. Der einsame Wolf zieht um die Häuser und singt seine einsamen Lieder. Und wenn ihr mich buchen wollt, dann müsst ihr euch schon ein bisschen beeilen. Das Telefon klingelt ununterbrochen. Und bitte, Freunde, ja? Also versucht nicht, mich als Krampus zu buchen. Das ist wirklich überhaupt nicht mein Typ. Das müsste man eigentlich von selber drauf kommen, ja? Aber ansonsten immer gerne. Liebe Sünder, meldet euch. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Weihnachtsfest. Das ist ja auch noch ein schönes Weihnachtsfest. Bis zum Abend.